Jo, 2015 und natürlich stehe ich hier direkt auf der Frankfurter Musikmesse und überall um mich herum Doodles, ich habe gerade schon Ali und Andi getroffen hier hinter mir, voll geil und ich gehe jetzt mal rein in die Halle 4.0 oder 4.1, weil da ist der ganze Wahnsinn und natürlich ist auch Session Music am Start und da schaue ich jetzt mal, was da los ist. Hier, Hanni, Lost Trommel. Hahaha, hallo! Du hast die fette Lost Trommel hingestellt, oder? Oh ja, sowohl hier als auch hier. Ja, wir sind dieses Jahr wieder auf der Musikmesse und haben uns was Spezielles für euch einfallen lassen. Unsere Lost Trommel, unsere Session Lost Trommel. Mit 20.000, 22.000, 30.000 Preisen? Fast 20.000 Gewinne und ja... Muss man mit dem Kind nix machen, außer sich dorthin stellen? Ja, das einzige was man machen muss, ist sich da hinstellen. Wir können diese Karte ausfüllen, Name, Adresse, wäre schön, wenn du dich an unserem Newsletter beteiligen würdest, der kommt einmal im Monat. Und wenn du die Karte ausgefüllt hast, dann darfst du hier in dieser Lost Trommel, in dieser tollen, darfst du drei Lose ziehen und ja, und dann drücken wir dir die Daumen, dass du irgendwas gewinnst. Genau. Gitarre, Verstärker, Saxophon, Schlagzeug, alles. Alles, was du möchtest. Alles, was das Herz begehrt. Also das sind die Preise, zum Teil die Preise. Es gibt ein Drumset zu gewinnen, Klavier, Top-Tile, Gitarren, Bässe, aber auch sofort Gewinne, die du hier gleich mitnehmen kannst. Und zwar so Ohrstöpsel oder Schlüsselanhänger von Session T-Shirt. Wer will denn kein Session T-Shirt? Ganz genau. Niemand. Also. Okay. Lohnt sich also auf jeden Fall herzukommen, vor allen Dingen auch ein Stockwerk höher gibt's Popcorn. Ja. Wir haben dieses Jahr einen Popcorn-Stand. So nach dem Motto Kirmes like. Und verteilen Popcorn, verteilen wunderschöne Session-Taschen. Wir haben diesmal vier Stände, sind mit einem Team von zehn Leuten da. Also die Mädels und Jungs sind total hochmotiviert. Genau. Und ja, wir freuen uns auf euch. Kommt vorbei. Richtig. Natürlich nicht nur hier, sondern auch im Laden. Ja. Ganz wichtig. Also wir haben natürlich im Laden Freitag und Samstag haben wir offen. Bis wann? Wir haben Freitag und Samstag verlängerte Öffnungszeiten bis 22 Uhr. Und nachdem die Messe hier vorbei ist, könnt ihr in die Filiale kommen. Da gibt's Live-Acts, da gibt's eine Currywurstbude. Herrengedeck. Herrengedeck. Und zusätzlich dazu gibt's den einen oder anderen Sonderpreis, Sonderdeal. Ich denke mir auch, dass die Jungs im Verkauf wissen, dass Messe ist und wenn die Leute kommen, dann gibt's ab und zu mal Messepreis. Ja, kommt vorbei. Es ist eine Menge los und ich glaube, es wird eine lustige vier Tage. Tschüss. Tschüssi. Tschüssi.